Heyo, herzlich willkommen. Eine Menge. Eine Menge steht wieder im Monthly Report, deswegen gehen wir auch direkt rein und wir fangen an mit drei Videos. Es kam sogar was zu Server-Mashing, natürlich wieder was zu den Schiffen und hier und dazu noch ein paar andere Sachen. Zuerst aber hier bei AI haben wir eine Menge Sachen, die mit Videos uns gezeigt werden. Dementsprechend schauen wir in die Videos mal rein. Muss ich sagen, nicht alles das Interessanteste, aber ich finde es schön, wenn sie die Sachen bebildern mit Videos vor allen Dingen. Hier sieht man zum Beispiel die neue Möglichkeit, die sie haben. Die Feuer-Kadenz von verschiedenen geskillten oder veranlagten NPCs anzupassen. Vorher war das ein Modifier, den konnten sie global quasi auf alle NPCs übertragen. Jetzt ist die Feuerratte und wie lang die Feuerstöße sind abhängig oder zukünftig wird das abhängig sein von dem jeweiligen NPC. Ist das ein trainierter Soldat oder ist das jemand, der mal gar nicht schießt und mal so einfach drauf hält? Ganz, ganz wild. Ich finde, in diesem Video ist das nicht super gut dargestellt. Ihr seht, bisher war das jetzt Level 5 und jetzt kommt Level 1. Zum Schluss nochmal. Also, war das? Irgendwann mittendrin wechseln sie mal, aber man merkt, wenn man sich nicht... Genau, das war Level 5 und jetzt kommt Confidence Level 1 und da verhalten sie sich anders. So wirklich schlau daraus geworden bin ich auch nicht, aber an sich die Funktionalität ist ja natürlich eine gute. Dann, zweites Bild. Es geht hier nicht spezifisch um die Constellation. Leider, ich meine, ich bin großer Constellation-Fan. Aber hier geht es um Sub-Component-Targeting. Denn die NPCs werden die Möglichkeit bekommen, Sub-Components auszuwählen. Sub-Components anzugreifen und sich auf die zu konzentrieren. Und wenn sie fertig sind, sich auf eins zu konzentrieren, das zum Beispiel zerstört wurde, können sie noch auf ein anderes sich konzentrieren. Sie sind so süß wie die Merlins hier ein bisschen rum... Ne, das sind Archimedes, ne? Wie die hier so ein bisschen rumtrödeln, düdeln. Und die hintere Constellation konzentriert sich hier quasi gerade auf den linken oberen Thruster. Und sobald er gleich zerstört wird, fliegt er weg und dann wird auf einen anderen geschossen. Das ist Sub-Component-Targeting für NPCs. Wird sich natürlich auf andere Sub-Components, sobald die online kommen, dann noch übertragen. Aber aktuell bei der Constellation wissen wir, das sind beliebte Ziele, diese Thruster. Und dementsprechend werden die hier auch zum Testzwecken benutzt. Dann, Video Nummer 3. Das zeigt was, was wir schon... Von dem wir schon jetzt oft gehört haben in den Monthly Reports. Und zwar NPCs, die Magazine holen passend zu dem, was sie brauchen. So viele, wie sie brauchen. Ja, also jetzt zum Beispiel für eine ballistische Waffe holt, geht jetzt der an einen Koffer mit ballistischen Magazinen drin, mit diesem Waffenmagazin drin, holt sich die da raus und dann haben wir es. Und ja, das war eigentlich auch schon das ganze Video. Ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Ich meine, es ist das, was man sich vorstellt. Und tatsächlich auch das, was wir ähnlich schon gesehen haben in Insights for Citizens auch besser bebildert. Wo wirklich in Kampfsituationen auch die NPCs sich Magazine nachholen. Aber was soll's. Ich wollte euch auf jeden Fall das Video-Material hier schon zeigen, wenn wir es schon haben. Und dann haben wir hier, das vermutlich das coolste Video aus den vieren von AI, von den AI-Teams, die wir hier haben. Wegfindung von NPCs im Weltall. Sieht man hier. Das bedeutet, um Hindernisse herum zu einem anderen Schiff, wo sie dann gegebenenfalls einsteigen können, aussteigen können. Klingt vielleicht wie eine kleine Sache, aber jeder, der Star Citizen spielt, weiß, dass man NPCs nicht einfach irgendwo draußen rumfliegen sieht im AVA. Nicht auf Planeten rumlaufen sieht. Das heißt, Wegfindung ist eine große Sache. Wegfindung innerhalb von Gebäuden, Landezonen und so weiter funktioniert meistens schon ganz gut. Ist es aber ein wichtiger Punkt, dass NPCs sich eben auch in Schwerelosigkeit bewegen können. Und das machen sie mit einem ähnlichen Wegfindungssystem wie auch mit den Schiffen. Das wird dann noch weiter angepasst. Da werden noch ein paar Features hinzugefügt, aber sie nutzen dasselbe System. Ich finde, sieht auch ein bisschen so aus. Also der NPC bewegt sich hier nicht, ich würde sagen, wie ein Spieler sich auch nur annähernd bewegen würde. Er macht hier eine Menge Kurven. Man sieht auch noch andere Versionen und so weiter. Aber immer fliegt der NPCs riesige Kurven, die ein Spieler nie fliegen würde. Spieler sehen, da will ich hin und dann fliegen sie direkt darauf zu und machen keine großen Kurven in Space. Auch wenn es vielleicht hübscher aussehe. Ich frage mich, inwiefern das noch angepasst wird. Ich hoffe aber, es wird ein bisschen noch angepasst. Denn super duper realistisch wirkt das dann einfach noch nicht. Menschen, weiß ich nicht, ob die das machen. Und ganz große Umwege fliegen, die viel Treibstoff verbrauchen. Ich bin auch gespannt, wie das sein wird, wenn dann tatsächlich begrenzte EVA-Treibstoffe und so weiter reinkommt. Da vielleicht auch nochmal das EVA-System überarbeitet wird. Ob sie das System trotzdem einfach eins zu eins dann darauf übertragen müssen, tragen können, ohne das überarbeiten zu müssen nochmal komplett. Abendgewitter. Dann kommen wir zu Art Characters. Und da fand ich einen Punkt sehr interessant. Und zwar arbeiten sie jetzt auch schon aktiv an der Kleidung. Also sie konzipieren, sie machen die Art für die Kleidung von Krankenhäusern. Und wir kriegen noch ein bisschen mehr Informationen zu Krankenhäusern gleich. Aber sie arbeiten dran. Sie arbeiten offenbar wirklich daran, Krankenhäuser ins Spiel zu bringen. Nicht nur die Locations, was wir gesehen haben im letzten Inside Star Citizen, sondern auch an der Kleidung. Und noch an was anderes, wozu ich gleich noch kommen werde. Dann, bei Art Chips fand ich, gab es hier natürlich ein schönes Bild von Horizon. Da kann man echt kaum noch erwarten, hinzureisen und sich diese wunderschön entspannten Gärten hier anzugucken. Das ist ja fast zu hübsch. Genau. Bei Art Chips sind auch ein paar Sachen auf jeden Fall, die ich euch erzählen möchte. Einmal, der Tonk ist jetzt in der Greybox Review. Das heißt, jetzt wird nochmal geguckt, muss da noch was angepasst werden? Kann der so in die Final-Art-Phase gehen? Ich denke, so ist der Prozess. Auf jeden Fall, der kommt voran. Wenn jetzt nicht nochmal irgendwas auffällt, was fundamental falsch ist, dann wird der, denke ich, mal mit 3.13 oder mit einem 3.13x-Patch kommen. Wo ich übrigens auch noch was gefunden habe zu Hercules, wozu ich nach dem Manfrey Report noch kommen möchte. Was mich überrascht hat und gewundert, dass ich das übersehen habe. Oder komplett vergessen, je nachdem. Genau. Dann steht hier auch, dass ein Upcoming Vehicle, also ein Fahrzeug, steht nicht Raumschiff, das steht Vehicle. Vielleicht, es kann natürlich ein Raumschiff sein, kann aber auch alles andere sein. Sie sagen es vermutlich hier, schreiben es vermutlich extra ein bisschen schwammiger. Das ist aber, ja, fast fertig. Okay, cool. Das kommt dann wohl mit 3.13 und wir können gespannt sein, was es sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe mal, dass es nicht nur die Trollys sind, also diese kleinen Wegelchen zum Schieben. Kann natürlich sein. Ich denke es aber nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke, das ist schon was anderes. Dann die Taurus kam sehr gut voran. Die ist jetzt in der Final Art Phase und soll pünktlich im 2. Quartal kommen. Zumindest ist das immer noch das Ziel. Es ist keine Bestätigung, dass es eindeutig so passieren wird. Aber es ist wahrscheinlich, dass sie auf jeden Fall im 2. Quartal dann mit aufschlagen wird. Was noch interessant war bei der Hercules, bei den Hercules-Varianten, sind ein paar Sachen jetzt weiter, ein paar Räume und so weiter, sind jetzt einfach weiter vorangeschritten. Besonders spannend fand ich hier den Moab Bomb Release Mechanism von der A2. Also quasi der Auswurfmechanismus von der Moab, Mother of All Bombs, wird es ja allgemein sprachlich inzwischen genannt. Ursprünglich, ich vergesse es immer wieder, die Abkürzung, also das Akronym steht eigentlich für was anderes. Ich weiß gerade auch nicht mehr für was. Egal, wir kennen sie alle als Mother of All Bombs und ja, der Abwurfmechanismus von der A2 ist quasi schon auch relativ weit. Eine der größten, glaube ich, eine der größten Sachen, die die A2 von den anderen Varianten unterscheidet. Also vielleicht kommen die ja sogar gleichzeitig, aber dann würden die anderen Varianten vermutlich auch ein bisschen später kommen. Was ich aber auch glaube mittlerweile, nachdem ich noch was gelesen habe. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Aber das Propsteam, glaube ich, war das, die haben schon auch an der Moab gearbeitet. Also die Moab ist auch, ja, fast fertig. Art fertig, die Art, also die Kunst hinter der Moab ist fertig. Und da können wir gespannt sein, ob das dann wirklich vielleicht ein bisschen früher kommt als erwartet. Ist ja nicht geplant für 3.13 oder 3.13x Patch. Also müssen wir da mal gucken, was da noch passiert. Dann, die Redeemer, die kommt gut voran. Da sind ein paar Räume einfach weitergekommen. Sie ist noch nicht komplett fertig, da ist auch noch Arbeit zu tun. Und der Update Pass für die Gladius ist auch fast fertig. Vielleicht kommt er schon mit 3.13 rein. Also die Gladius, die wird ja ständig nochmal überarbeitet. Das ist das Testbett für viele Funktionen. Und die bekommt eben nochmal einen Update Pass. Und der ist beinahe fertig, laut diesem Manfred Report. Was cool ist. Ich bin gespannt, ich werde es mal angucken. Dann, eine spannende Sache. Spannende Sache. Und zwar Volumetric Clouds. Kommen gut voran. Der erste Prototyp ist jetzt quasi schon in der Review. Da arbeiten sie schon dran. Das kann schon fast alles, was sie brauchen. Was es noch nicht kann, was dann später noch hinzugefügt werden wird, ist, dass die Oberfläche reflektiert an den Clouds. Also da einfach noch ein bisschen, dass es realistischer aussieht, wenn die Sonne quasi auf den Planeten strahlt und dann von dort aus die Wolken von unten quasi bestrahlt. Das wird zukünftig noch hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob nach dem ersten Release von Clouds oder jetzt schon in der Phase. Und das ist einfach jetzt was, was sie zu tun haben. Aber sie kommen auf jeden Fall gut mit den Wolken voran, die dann auch wirklich die Planeten umspannen werden. Und die können schon eine ganze Menge Sachen. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt. Dieser große Engine Block hier enthält sehr viele interessante Informationen. Sie streamlinen auch generell immer noch viele Prozesse, übertragen viele alte Sachen auf, also zum Beispiel alte Programmiersprachen auf neue Programmiersprachen und so weiter. Das geht aber ein bisschen zum sehr ernsten Teil. Da könnt ihr euch, falls ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr vermutlich auch englisch und könnt euch diesen Engine Block hier mal durchlesen. Der ist sehr interessant für Leute, die sich für sowas ein bisschen tiefergehend interessieren. Dann bei Features Gameplay das hat mich jetzt wirklich überrascht. Das war für mich Features Gameplay, war das? Naja, hier natürlich, das wissen wir, dass an dem Teil gearbeitet wird. Ich habe übrigens immer noch keine Information darüber gefunden, wie man so ein Ding bekommt und ob man es irgendwo hinstellen kann und wie man das hinstellen kann und wie man das transportiert und wo man das kauft und alles. Aber sie zeigen viele schöne Bilder, wo diese Minigun quasi immer aufgestellt wird. Genau. Bei Features Gameplay steht drin, dass mit 3.13 die Assets Manager App kommt. Ich weiß nicht, ob ich das einfach komplett übersehen habe, ob ich das komplett verplant habe, dass die mit 3.13 kommen soll. Sie steht nicht auf der Roadmap, oder? Wir können ja dann gerne noch mal gucken heute im Stream, aber soweit ich mich... Wir können gleich gucken, bevor ich euch jetzt was Falsches erzähle. Wir gucken jetzt noch mal. Bei Locations ist sie nicht mit drin, bei Gameplay könnte sie mit drin sein. UI für Reputation, ja, daran haben sie auch gearbeitet, aber ich sehe nichts von der Vehicle Management App. Also nicht von der Vehicle Management, von der Asset Manager App. Über die habe ich ja in meinem Video über das Inventarsystem und die Pläne von CLG für das Inventarsystem geredet. Und ich dachte, die steht noch lange aus, denn die ist dann quasi unser globales Inventar. Er setzt auch gleichzeitig voraussichtlich mit dem Personal Manager, Loadout Manager, also das, wo ihr eure Waffen und so weiter ausrüstet. Das zieht ihr dann quasi einfach dort auf euren Charakter drauf oder in euren Inventar. Ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Es ist ein großes Ding. Inventare, Inventare, sehr, sehr wichtig für ein Spiel. Sehr, sehr wichtig für Star Citizen. Und diese App, die wird uns lange begleiten und ich hoffe, die schaffen sie gut und ich bin überrascht, dass sie schon mit 3.13 reinkommen kann. Reinkommen könnte ich. Ich fände das auf jeden Fall sehr schön und sehr spannend. Dann, was auch mit 3.13 kommt, was uns ja auch alle ein bisschen überrascht hat, Subcomponents für Mining Laser. Auch daran haben sie gearbeitet. Hier gehen sie nochmal darauf ein, wie das funktionieren wird. Es wird so sein, dass ihr Consumable Slots eurer Mining Laser aufgebt für Subcomponents. Das heißt, ihr könnt euch bei einem Mining Laser, der drei Consumable Slots quasi frei hat, entscheiden, möchte ich da ein Consumable reinpacken, also etwa ein Verbrauchsgegenstand oder ein Subkomponent, ein Unterkomponent, die die Werte dauerhaft verändert und quasi nicht bei Gebrauch verbraucht wird. Also, die ist dann einfach drin und ändert die Stats des Lasers. Was super ist, ich finde, das ist eine coole Methode, damit man da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat und auch Laser, die vielleicht eigentlich schwächer sind, aber viel mehr Upgrade Slots haben, so umgebaut werden können, dass sie für einen bestimmten Ressourcentyp vielleicht in der Zukunft besonders gut sind. Finde ich einfach eine nette Sache, eine gute Sache. Ich hoffe sehr, dass auch irgendwann natürlich die Sachen physicalized werden und man die direkt an den Laser dranschrauben oder abschrauben kann. Ja, ihr wisst, das ist natürlich was, worauf wir uns alle freuen, wirklich mehr Ingame-Mechaniken und Wartungsarbeiten direkt in den Schiffen oder an den Schiffen. Das wäre auf jeden Fall für die Zukunft nochmal eine sehr, sehr schöne Sache. Außerdem, das Mining UI bekommt noch eine sehr, sehr nützliche Hinzufügung, tolles Wort, Hinzufügung, habe ich gerade erfunden, was mir sehr leid tut, dass ich das erfunden habe. Auf jeden Fall, das Mining UI bekommt eine tolle Hinzufügung und zwar ein Abstandsmesser oder ein Abstandsindikator. Das bedeutet, ihr müsst nicht mehr raten, wie weit ihr von einem Felsen weg seid und ob euer Mining Laser den noch erreichen kann oder nicht, sondern ihr könnt es direkt sehen und sagen, ah, okay, ich bin jetzt 100 Meter von ihm weg, ich bin jetzt 10 Meter von ihm weg, ich bin noch Raisin-Landung gemacht und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und wird Mining einfach nochmal ein bisschen angenehmer machen. Das Mining UI, das neue ist ja wirklich toll geworden und damit wird es einfach noch ein bisschen toller und noch ein paar glaube ich Animationen oder so kommen zu dem UI dazu, die haben mir jetzt nicht wirklich gefehlt, aber das macht auf jeden Fall die Sache nochmal ein bisschen runder und hübscher. Dann, Features Mission and Live Content, die natürlich viel an dem Ceno Thread und so weiter gemacht haben, alles sowas in der Richtung, da waren die maßgeblich mit für verantwortlich und die erzählen hier, dass Bounties zukünftig durch ihre Aktivitäten quasi verpreisgeben werden, den Bounty Huntern, wo sie sind. Das bedeutet, man wird nicht mehr ein ständiges Icon haben, hier ist der, hier ist der Gesuchte, sondern man wird eher Informationen bekommen, wie der Besuchte hat, das stelle ich mir zum Beispiel unter einer Aktion vor, hier und hier etwas eingekauft oder er ist hier und hier gelandet oder er ist hier und hier gestartet. Ich nehme an, das sind solche Aktionen, wo das dann gepinkt wird, wo der Platz quasi an den Bounty Hunter weitergegeben wird, aber sie spezifizieren das hier eigentlich nicht, welche Aktionen das letztendlich sein werden. Ich hoffe sehr, dass die kontrollierbar sind von den Gesuchten, dass sie auch wirklich einen Einfluss darauf haben, ob sie gefunden werden und dass sie dann halt vorsichtig und sehr, sehr behutsam agieren müssen, dann aber auch nicht gefunden werden. Das macht es ja für beide Seiten einfach nur spannender und ein bisschen schöner und es hat ein bisschen mehr Hunting Aspekt, also Jagd Aspekt und weniger, ah, da ist er, dann fliege ich mal hin und hoffe, dass er nicht dispawnt. Was natürlich erstmal weiterhin ein Problem sein wird. Oh, Martin, tut mir leid, dass der Schrei dich so erschreckt hat. Tja, ja, tja, ja. Tudududu. Ähm, dann muss ich mal kurz mein Notizblatt wechseln. Äh, Features, Features, Vehicles. Da gab es auch ein paar nette Sachen. Einmal, Match Velocity Mode kommt zurück. Die alten, äh, Spieler unter euch kennen das vielleicht noch, also die, nicht, dass ihr alt seid, aber dass ihr schon länger das Spiel spielt. Die wissen, äh, die kennt es vielleicht noch. Es gab damals eine Tasse, die hat man gedrückt und dann hat man die Geschwindigkeit des eigenen Raumschiffs automatisiert, also auch kontinuierlich an die Geschwindigkeit des feindlichen Raumschiffes angepasst, was eine super nützliche, ähm, Sache ist. Nicht nur bei Feinden, natürlich auch bei verbündeten Zielen für Formationsflug. So eine gigantische Hilfe. Seit Ewigkeiten fehlt dieses Feature leider. Jetzt kommt's, aber erst mal nur für Docking. Also das hier zum Beispiel, was halt, was sag ich zum Beispiel, ne, Merlin und Constellation, darum geht's. Weil was anderes kann man aktuell dann ja nicht, äh, docken, was Schiffe zu Schiffe, äh, was Ship-to-Ship-Docking angeht. Das bedeutet, dass man dann bei der Merlin, äh, bei der Merlin im Docking-Prozess eine Taste drückt und dann wird die Geschwindigkeit an die Constellation angepasst und ja, dann kann man einfacher andocken. Was cool ist. Ich hoffe natürlich, dass alle Schiffe diese Funktionalität früher oder später dauerhaft wiederbekommen. Wie gesagt, für Formationsflug ist das toll, für Kampf ist das toll, das ist einfach generell eine sehr, sehr schöne Sache. Und der Dust-Effekt, ähm, für Thruster, wohl, wird auch überarbeitet. Und wer sich jetzt fragt, äh, was das Effekt für, also, Staub-Effekt für Thruster, was ist das genau? Ihr kennt es vermutlich, wenn ihr auf Planeten landet oder auch, ähm, teilweise bei Raumstationen, dass unter eurem Raumschiff ganz viel Staub aufgewirbelt wird. Das sieht aber oft sehr merkwürdig aus, weil es irgendwie zehnmal so groß ist oder viel zu klein wie euer Schiff und ganz, ganz merkwürdig. Das wird zukünftig dieser Effekt, erstmal wird er hübscher aussehen und er wird von den Thrustern ausgehen. Das bedeutet, ich stelle es mir zum Beispiel so vor, bei einer Cut-The-Spect dann in Vitor-Modus, also, es geht ja auch vor allem um Vitor-Modus, äh, wenn dann die Triebwerke nach unten, äh, ihren Schub abgeben, dass dann auch an diesen Stellen der Staub aufgewirbelt wird und nicht in einem Kreis rund, äh, um das ganze Schiff rum. Ihr versteht, was ich meine. das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, eine schöne kleine, äh, Edition an der Stelle und Bilder von Horizon haben wir hier auch noch bekommen. Geht gut voran. Besonders toll finde ich hier diesen, äh, kleinen Wal hier oben in der Ecke, der auf so verschiedenen Bannern dargestellt wird. Ich finde, das ist ein cooler Einfall. Das sieht richtig schön aus sogar. Also, äh, mir gefällt das. Ich freue mich sehr, sehr auf die Horizon Landing Zone, wie vermutlich auch äh, viele von euch. Das wird, das wird auch auf jeden Fall nochmal eine echt tolle Location, um sich wirklich mal zu entspannen, sage ich mal. Ist nicht so kalt wie Microtech, ist nicht so harsch wie Hurston, ist nicht so stadtbeladen wie Arkob. Ist einfach mal wirklich fast ein Urlaubsort, würde ich sagen, an der Stelle. Dann das Props Team hat, wie gesagt, ein paar spannende Sachen gemacht. Äh, unter anderem interagierbare Sachen wie Solarpaneele oder Batterien für Homesteads, also für Basen. Das ist sehr gut. Interagierbare Sachen freuen mich immer. Und, ähm, genau, die Ligen für Krankenhäuser. Also, Ligen, die rumgeschoben werden können, auch die Patienten drauf können, für Krankenhäuser. Und das meinte ich mit, da kommt sogar noch mehr für Krankenhäuser. Äh, wäre natürlich besonders cool, wenn es dann schon NPCs gibt, die da drauf liegen, NPCs, die diese NPCs rumschieben, um das Krankenhaus noch ein bisschen mehr mit Leben zu füllen. Äh, oder die Krankenhäuser in Star Citizen dann, aber erst, aber generell, da merkt man wieder, bei den Trolleys haben wir uns so gedacht, okay, ist nett, brauchen wir die wirklich? Wir wollen sie natürlich alle, diese Schubkarren quasi, ähm, diese Plattformen, die mit den Rädern dran. Und CRG hat da gezeigt, ah, man könnte es auch für einen Leiterwagen zum Beispiel benutzen, so eine Leiter, die man rumschieben kann. Und jetzt sehen wir noch eine weitere Verwendungsmöglichkeit dafür, für solche Liegen, die man rumschieben kann. Also, man sieht, CRG baut eine Technik und nutzt die anderweitig. Auch, vor allem bei AI, sagen sie hier immer wieder, was sie machen, ja, und wie zum Beispiel auf dem Bartender aufgebaut wird. Und hier stehen jetzt auch noch wieder, ich fange gar nicht erst an, weil es wieder zu Meme wird, ähm, also, die haben ja geschrieben, dass jetzt, äh, Tourguides und so weiter, Tourguide-NPCs, gebaut werden. Und das ist natürlich, das wird wieder zu einem Meme, wie die Bartenders. Okay, jetzt haben wir unsere Bartender, jetzt können wir zu was Wichtigem übergehen. Tour, Tourguides. Okay, gut, nein, standen noch ein paar andere Sachen drin, aber, ja, es wird quasi aufeinander aufgebaut und erweitert die ganze Funktionalität. Ähm, und das, das merkt man in den Manpower-Reports immer sehr, dann, bald gibt es ein Update von Tony Zorowack zu Quantum. Das Quantum-System, da wird auch natürlich immer weiter dran gearbeitet und verschiedene andere Systeme, die später mit Quantum zusammenhängen werden, äh, ja, verknüpft, darauf vorbereitet. Und Tony Zorowack, der sich das Ganze ja, äh, maßgeblich mit ausgedacht hat, der wird demnächst nochmal einen Vortrag darüber halten oder irgendwie eine Präsentation machen in irgendeiner Form. Sie arbeiten quasi schon an Material dafür, um das dann auch schön zu zeigen. Ähm, ja, das wird eine spannende Geschichte. Ich bin, bin da sehr, sehr drauf gespannt, was sie da für Fortschritte gemacht haben und wann wir eventuell auch ingame das erste Mal dann wirklich mit, äh, Quantum interagieren. Also mit diesem Hintergrundsystem. Es geht, wie gesagt, wie schon oft gesagt, in dieser Episode jetzt noch nicht, aber schon oft gesagt, nicht um Quantum Travel, also von A nach B reisen. Es geht um ein gleichnamiges, äh, Hintergrundsystem, das NPCs und so weiter und, äh, ja, Raumschiffe simuliert, die irgendwo langfliegen, die aber in dem Moment keiner sieht, weil man sie nicht sehen muss, so, es muss nur die Wirtschaft irgendwie simuliert werden und alles. Das und vieles mehr, dynamische Missionen, das hängt alles mit Quantum zusammen. Nach wie vor finde ich es blöd, dass sie das System so genannt haben, weil es zwangsläufig zu, ähm, ja, Verwirrung führt. Ich finde, sie hätten es vielleicht Quanta nennen sollen, weil die einzelnen Entitäten in diesem System heißen Quanta und sie hätten vielleicht das ganze System einfach das Quanta-System oder Quanta nennen sollen und nicht Quantum, weil immer ganz, ganz viele Leute denken, hä, warte mal, was hat denn das jetzt mit Quantum Travel zu tun und letztendlich hat es das nicht wirklich, auch wenn die Schiffe natürlich theoretisch im Quantum Travel reisen, die da simuliert werden, aber sie machen es nur simuliert, ist egal, ist egal, wir verstehen, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was gemeint ist und darüber hält Tony Sorobeck dann einen Vortrag und jetzt kommt was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also, ich bin gespannt auf eure Meinung, ob ihr damit gerechnet habt, ob ihr davon was, vielleicht mehr wisst als ich. Turbulent hat an dem ersten, hat den ersten Meilenstein abgeliefert für Server-Mashing. Turbulent. Also Turbulent wird ja für ein CRG für verschiedenste Sachen, vor allen Dingen für die Webseite und so weiter angeheuert, um diese ganzen Promotion-Websites zu bauen und auch mit Turbulent zusammen haben sie ja das Montreal-Studio eröffnet, also ein neues Studio, das vor allen Dingen Planeten-Content liefert und so weiter. Und jetzt haben sie den ersten Meilenstein für Server-Mashing geliefert. Leider steht hier nicht welcher, was, wie, wo, das hätte mich jetzt wirklich interessiert, was war das denn jetzt? Was wurde denn da jetzt geliefert? In welchem Umfang? Was macht das? Ist das der erste, ist der erste Meilenstein ein Prozent oder ist er schon zehn Prozent? Das sind so Sachen, die mich hier nochmal interessiert hätten, aber auf jeden Fall cool, cool, ich freue mich immer, wenn irgendwie CRG sagt, ey, Server-Mashing ist auf jeden Fall jetzt einen Schritt näher. Und dann bei Vehicle-Tech wurde noch ein bisschen gearbeitet, also die Vehicle-Tech-Teams haben daran gearbeitet, Scanning neu aufzusetzen, nach wie vor ist das eine wichtige Sache, an der sie arbeiten, das gilt für zu Fuß und in Fahrzeugen, also beides wird damit überarbeitet und nicht zu vergessen, wurde auch Tech für den Tonk entwickelt. Tech für den Tonk zum Beispiel ist ja ein Kettenfahrzeug und das ist damit das erste Kettenfahrzeug in Star Citizen, dass das Movement richtig funktioniert, dass die Ketten sich unabhängig voneinander bewegen können und so weiter, ein bisschen was fürs Zielen, halt alles Mögliche, was noch den Tonk fehlt an Technologie in-game und generell wurden hier immer mal Sachen erwähnt, wo für Pyro was gemacht wird. Ja, Pyro wird auf jeden Fall wie es aussieht, wie vor allen Dingen optische Sachen und so weiter, also ganz, ganz viele Sachen, so Kleinigkeiten, so Pyro, die uns jetzt natürlich nicht sofort erreichen werden, aber ich dachte, ich erwähne es jetzt hier auf jeden Fall noch mal kurz und jetzt kommen wir zu den Subscriber-Promotions für diesen Monat und da bekommt man entweder dieses grüne Waffen-Pack oder dieses orange Waffen-Pack, ich kann auch noch mal hochscrollen, so, also für Stufe 1 Abonnenten, Subscriber, die bekommen das grüne, Stufe 2 bekommen das orange, tatsächlich diesmal kein Stufe 3, die haben Stufe 3 weggenommen, ich freue mich darüber, ich freue mich da sehr drüber, jetzt kriegen, also in diesem Monat muss der Imperator Subscriber nichts weitermachen, als, ja, abonniert zu bleiben und er bekommt seine ganzen Items und er muss nicht nochmal manuell in den Shop, um seine Sammlung zu vervollständigen, finde ich echt schön, ist natürlich ein bisschen, schade, dass es einfach nur eine Waffe ist oder zwei Waffen sind, die wir beide schon bekommen haben, halt mit anderen Skins und jetzt bekommen wir sie nochmal mit anderen Skins, ich meine, okay, die Skins sind irgendwie was Besonderes, sind halt ein Stück glänzend hübsch, was soll man sagen und man kann die auch einzeln kaufen, also wenn man jetzt zum Beispiel nur die grüne Sniper-Rifle möchte, dann kann man das machen oder nur die orangene Pistole, das geht, die haben das nochmal aufgesplittet, finde ich ganz nett, finde ich ganz nett und ja, aktuell reduziert dieses Pack. Ich frage mich ja, wie lange das jetzt reduziert sein wird, aber das ist wieder was, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob wir das schon mal so gesehen haben im Subscriber-Store, dass im Subscriber-Store, also dass Subscriber was bekommen, was es dann reduziert zu diesem Zeitpunkt dann auch noch im Store zu kaufen gibt, weiß ich nicht, aber naja, okay, gut, das ist der Stat, also so viel auf jeden Fall dazu und jetzt noch zu dem zu Hercules, was ich gefunden habe, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber wir haben zu Hercules jetzt noch kein direktes Update bekommen, dass sie, also sie ist noch nicht committed für 3.13, sie steht noch nicht komplett zu 100% fest, wir können das noch mal kurz nachgucken, seht ihr, hier steht Tentative und wenn wir jetzt hier gucken, bei dem Quick FAQ vom 24. Dezember, also Weihnachten 2020 kam das raus, ich habe diesen Eintrag hier komplett übersehen, aber hier steht, dass die Starlifter M2 und C2 nicht für 3.13 angepeilt wird, sondern für ein 3.13x Patch, das steht hier wirklich schwarz auf weiß, also man soll die Sachen, die für 3.13 drinstehen, nicht alle für 3.13 im Kopf schon festlegen, sondern manche von denen könnten sowieso mit 3.13x kommen, das steht dann halt nicht mehr da extra, aber hier steht explizit, die M2 und die C2 sind geplant für einen Folgepatch, für so ein kleines Zwischenpatch, muss nicht sein, kann sein, dass das nicht mehr zutrifft, kann sein, dass die pünktlich kommen, dass sie irgendwie schneller vorangekommen sind oder so, aber ich wollte diese Information noch mal rausgeben, um vielleicht die Erwartungshaltung ein bisschen wieder zu relativieren für alle, auch für mich, ich habe mich auch sehr gefreut, wissen wir nicht, ob der Tonk davon auch mit irgendwie betroffen sein wird, wäre natürlich schön, wenn man sein Transportvehikel auch gleich mitbekommen würde und vielleicht sagt CRG, ja dann schieben wir den Tonk oder vielleicht ist er auch noch gar nicht fertig zu dem Zeitpunkt, naja ich wollte es nur an euch rausgeben, dass CRG das offenbar schon früh genug angekündigt hat und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir, aber ich habe das übersehen, ich habe das nicht mitbekommen hier, ich meine an Weihnachten bin ich auch ehrlich, hatte ich auch was anderes gemacht, da bin ich nicht aufs Backform gegangen an Weihnachten, Weihnachten habe ich alleine verbracht und geskypt mit der Family, so war das, da hatte ich keine Zeit hierfür, muss ich ganz ehrlich zugeben, vielleicht finde ich aber komisch, dass ich es danach oft mal nicht mitbekommen habe, hier habt ihr auf jeden Fall die Information jetzt noch bekommen, vielen Dank fürs Zusehen, ich bin gespannt, ob eure Meinung zu den ganzen Sachen an den CRG gearbeitet hat, lasst dem Video gerne ein Like da, mir ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt und wir sehen uns dann das nächste Mal, bis bald! Da war's! EAtlantik 3 Ich bin occupation